So, hey Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von ARX Ravey Evolved. In der letzten Folge sind wir hier gewesen, haben unser Haus bearbeitet, oder besser gesagt, ja, noch nicht vollendet. Wir haben hier letzte Folge ein Dodo gezähmt, der heißt Dodo-Dodo-Dodo, wir haben keinen Namen herausgefunden, deswegen nennen wir ihn jetzt einfach mal Herbert. Einfach mal, einfach mal so rein professorisch. So, wir haben noch 5 Enneagram-Punkte. Wir könnten uns jetzt theoretisch damit einen Schlafsack machen, oder, ja, schräges Strohdach. Ich glaube, wir holen uns aber dafür erstmal den Helm, damit wir Rüstung kriegen. Den können wir nämlich auch direkt machen, sogar 30 Mal, aber das ist ja Verschwendung, wenn wir den jetzt 30 Mal erstellen. Deswegen machen wir den nur einmal. Wir haben leider immer noch ein bisschen Essensprobleme. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir diese Folge, dass wir den Dodo erstmal da, ich mache mir hier erstmal einen Stamm gründen. Damit ich weiß, was passiert. Ah, hier ist Kahn, ah, guck mal. So schön, ja, so schön sehe ich aus hier. So, guck mal. Ich kann sogar Emotionen und dann hier winken. Mit dem Sperr in der Hand. Sieg heil! Ähm, nee, Spaß. Ähm, wir brauchen, was habe ich gesagt? Essen. Essen brauchen wir, essen brauchen wir. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach ein paar, paar, ähm, ja, Dilos oder so, irgendwas, was Essen gibt. Ich mache mich hier erstmal, wie macht man nochmal einen Punkt? Ö, äh, O, I, H, J. Nee. Ich weiß es nicht, Leute. Wie macht man sich denn hier nochmal einen Punkt? Keine Ahnung. So, legt man sich hin. Egal, ähm, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Und gehen schon mal auf die Suche nach... Nehmen trotzdem nochmal ein paar Bären mit. Man weiß ja nie, gell. Wir sind auch schon fast... Oh, da ist ein Dodo wieder. Wollen wir auch noch 10? Ich weiß es nicht. Na, vielleicht mal zum Ende der Folge hin. Ähm, jo. Es dürfte eigentlich auch schon bald wieder Nacht sein, so von... Vom Aussehen her des Tages. Tageszeit. Ja, wir sammeln hier fleißig Bären. Das ist gut. Wenn wir Level Up sind, können wir uns hier den Dings erstmal machen. Das ist ganz gut. Lagerfeuer haben wir schon. Wir bräuchten eigentlich. Hier Strohdach. Genau. Dächer bräuchten wir noch. Ähm, dann holen wir uns hier erstmal Holz. So gut es geht. Wir machen uns hier ein Strohdach. Dann führt uns jetzt das Tor. Ah ja, klar. So. Ach, mit P war das. Mit P war das. Hier. Ähm. No, Gott, please no. 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 Oh Gott. Was ist hier los? Nein, das ist ein Raptor. Das ist ein Raptor, das ist ein Raptor. Wir sind tot. Wir sind tot. Ja. Das war jetzt natürlich optimal, Alter. Geil, jetzt sind wir sofort gestorben. Das ist natürlich nicht gut. Alter, der Raptor. Der wollte es wissen. So, dann spawnen wir jetzt einfach nochmal hier neu. Ach, scheiße. Vielleicht finden wir unsere Wohnung ja dann wieder. Ich hoffe es zumindest. Was spawnen wir? Die Stelle ist mir... Unbekannt. Ich war hier noch nie vorher gewesen. Oh Gott, ey. Scheint ziemlich bewohnt zu sein. Das ist jetzt natürlich nicht optimal gelaufen. Egal, wir hatten nichts zu verlieren. Wir waren ja noch relativ am Anfang. Hatten noch... Oh, schaut euch da oben. Also, ich habe mal auf YouTube gesehen, ein Video. Wenn du da oben bist, wirklich auf der Spitze davon, soll es übel viel Material geben zum Farmen. Das heißt, Kristall soll es da geben, es soll Eisen da geben, alles. Also, wenn du da oben bist, dann bist du reich. Aber da kommst du halt nur hoch mit einem Flugsaurier. Und... Co, ja. Wir sind halt hier im Dschungelbiom. das Problem ist. Wir haben keinen wirklichen Dino. Da vorne ist ein Kano. Da unten ist ein Biber. Da oben ist ein Paras. Wir haben... Wir haben halt so null Sachen. Und null Sachen heißt gleich, nichts überleben. Das fühle ich mich gut. Ähm, ich wohne jetzt hier aber zur... Okay. Ach, wir brauchen Stein. Stimmt. Wo kriegen wir jetzt Stein her? Das ist die Frage. Ja, RIP, Alter. Wenn wir jetzt hier keinen Stein kriegen, dann... Sehen wir am Arsch. Da ist ein grüner Subletrap. Ich weiß nicht, was man da alles rauskriegen kann. Ja, gut. Wenn er dann auch in dem Moment natürlich verschwindet, weiß man halt wirklich nicht, was man rauskriegen kann. Oh mein Gott, Alter. Nee. So, wir erstellen erstmal das. Dann erstellen das mal das da. Dann erstellen das da. So. Jetzt können wir uns auch hier direkt schon mal... Bisschen Stein holen. Feuerstein. Claystone. Was ist das hier? Drausträgern scheint nichts. Ach, das ist ein Pfeiler, das von so einem Typen. Okay. Ich dachte, das wäre wild gespawnd. Egal. Ähm, so. Dann können wir uns jetzt hier die Steinachse erstellen. Machen noch eine Fackel, falls es bald wieder dunkel wird. Was ich auch befürchte, dass es so sein wird. Wir haben genug für einen Speer. Jetzt brauch ich irgendwie wieder noch wieder Holz. Wie gesagt, mehrere Speere erstellen. Das bräuchten wir Feuerstein. Das war ja klar. So, Feuerstein. Stein, komm her. Ah, die Sonne geht wieder runter. Wie ich es befürchtet habe. Das ist halt jetzt nicht das Beste. Aber. Ja, was soll man machen? Das ist ja echt eine schöne Aussicht. Wenn es ja auch leider nicht so viel zu sehen gibt. Egal. Wir sind hier an so einem kleinen See. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ich meine. Hier sind keine Piranjas drunter. Von wem ist das da? Ah, nice. Ey, es tut mir leid, aber ich muss den halt ausrauben. Ein bisschen, gell? Es tut mir echt leid. Jetzt haben wir hier seltene Pilze. Genommen. Ja, tut mir jetzt echt leid, aber. Ach, da oben hat jemand sein Haus gebaut. Ah. Okay. Erkunden wir mal hier ein bisschen das Dschungelbiom. Die Pilze sind übrigens sehr gut. Um. Wie heißt's? Äh. Ja, die, 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 die sättigen dich sehr schnell. Boah, das ist doch nicht schöner. Eine Aussicht, ey. Das ist doch. Ich muss mir hier erstmal Screenshot davon machen. Sieht auch sehr nice aus. Ähm. Ja gut. Jetzt haben wir halt keinen Anhaltspunkt mehr. Ich wollte ja meine Wohnung fertig bauen, und dann wollte ich ja auf Fleischjagd gehen. Nur jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Ich muss den Anfang. Oh, lol. Ich wäre einfach fast hier die Klippe runtergefallen, ne? Das wäre ja RIP gewesen. Also wirklich RIP. Boah, hier kommst du halt auch nirgendwo runter, ne? Das ist das Dumme. Ah, nee, warte, da vorne war ja eine Treppe gewesen. Stimmt. Ja, nur die Frage ist, was wollen wir jetzt machen? Ich meine, wir sind im so eigentlich normalen Biom, aber es ist halt schon gefährlich. Weil da unten sehe ich gerade irgendwas herumbacken. Und es sieht nicht gerade ziemlich freundlich aus. Egal, wir haben jetzt Essensmäßig haben wir jetzt schon ein bisschen sicher. Okay, er hat hier erst mal gebackt. Dann gehen wir mal hier rein. Sieht alles schön aus, Alter. Ich habe selber noch nie wirklich auf der Map hier gespielt. Oh, das ist ein Tempel. Verschlossenes Dino-Tor. Ah, so ein Spasti. Der hat hier einfach die Höhle für sich als Zuhause benutzt. Oh, darunter geht es zum Strand. Ich bin mir noch nicht sicher. was man hier tatsächlich noch machen kann. Da habe ich leider keine Ahnung von. Wir sind auch schon fast Level 7. Das Problem ist, wir müssten eigentlich Level 10 werden, um wirklich was machen zu können. Weil ab Level 10 kriegen wir die Bowler, kriegen wir das Fernglas und kriegen halt schon die Sattel. Aber ja, wir müssen jetzt erstmal Level 10 kommen. Das dauert noch ein bisschen. Da unten ist das ein Typ. Ich weiß es nicht. Leider reicht meine Sichtweite nicht so weit aus. Hier ist ein Driceratops. Oh nein, hier ist ein Jumpy. Diese kleinen Viecher, die sieht man auch nicht, die hörst du nur. Das Ding kann man zähmen, soweit ich weiß. Machen wir es aber nicht. Sind wir an der Küste gelandet? Die Küste kommt mir noch relativ unbekannt vor. So, wir sind hier anscheinend in irgendeiner Wohnung. Hier hat sich irgendjemand breit gemacht. So wie das aussieht. On Fire, okay. Kiste ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Kann man das denn abreißen? Nein, kann man nicht. Der Spieler scheint aktiv zu sein. Aber Leute, vielleicht haben wir Glück gehabt. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Vielleicht finden wir gleich unsere kleinen Stoffe und wieder. Nein, Jumpy, verpiss dich. Dann habt ihr gerade auch gehört. Hier ist... Nein, Jumpy, geh weg. Ja, das muss das hier sein, oder? Nein. Okay, vergiss es. Ich lieg komplett falsch, Alter. Fuck. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen wieder zurück und dann da lang. Aber es kann auch nicht sein. No, wie Raptor. Das sind die... Oh nein, die lohnt. Ich glaube, wir müssen hier erstmal Dings aufladen. Wie nennt man es? Ich weiß es gerade selber nicht. Da hinten ist ein weißer Drop. Vielleicht kommen wir da hin. Okay, mal gucken, was da drin ist. An den Dinos persönlich will ich vorbei. Okay, ich hab nicht gehört, dass sie Agro bekommen haben. Ich glaube, an den Drop können wir nicht direkt ran. Nein. Das ist scheiße. Wir brauchen wieder Items. Der Raptor hat uns ja gefressen. Das war ja nicht so gut. Was meine Taktik auch... Also, hätte ich jetzt nicht... Das mit diesem Speer und so... Hätte ich mir jetzt nicht wieder Sachen gecraftet. Hätte ich gesagt, so... Gut, Leute. Dann machen wir es so. Ich lasse mich jetzt einfach nochmal töten. Um... Zu gucken, ob wir dann irgendwann random wieder zurück an die Stelle kommen. Aber... Das ist so unwahrscheinlich. Ich glaube, wir sind... Wir distanzieren uns gerade von zuhause. Da hinten ist ein Werwolf. Der Parasaurus jagt. Okay. Jetzt geht er auf den Track. Egal. Wir gehen uns erstmal runter, killen hier den Dolu. Weil der 60 ist. Ich frage mich, ob der Raptor auch schon unseren Hellblut gefressen hat. Alter, das. Junge. Du musst mich flaxen, oder was? Schon wieder in den Stein rein, oder was? Das ist echt nicht normal. Dankeschön. Der Troll ist immer noch da. Dürfen wir sogar theoretisch... Jawohl, wir dürften uns die Steinschleide wieder machen. Ich will uns das da machen. Ach so. Komm wieder rüber? Ich weiß es nicht. Also noch sieht safe aus. Sieht immer noch ziemlich safe aus. Ja, ich glaube, wir müssen da rüberkommen. Aber wenn jetzt gleich der Drop verschwindet, wenn wir da hinkommen, dann drehe ich durch. Ist das gerade dein Ernst? Ist das gerade dein Verfickter Ernst? Oh mein Gott, Alter, nee. Das ist ja wichtig zu diesem Drop, und es geht nicht. Warum? Er verschwindet. Ja, nice. So, Drag, was von Level bis zu? Level 15. Ich will dich aber nicht mit da rüber schleppen. Level 55. Was für Level ist der? Level 70. Ich weiß nicht, was dieses Vieh machen kann, oder alles. Ah, und hier ist ein Parasaurus da. Level 40. Level 9. Okay, ich zähle mir ein Parasaurus. Ich muss einfach. Einfach so. Ich glaube, der kann gar nicht wegrennen, oder? Oh, come on. Das ist ein Parasaurus. Der andere hat sich auch verzogen. Er zieht sich noch da hin, Alter, ja, okay. Oh mein Gott, ey. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Es bringt nämlich nichts mehr, jetzt weiterzumachen. Wir versuchen, nächste Folge ein bisschen weiterzumachen. Ähm, und ja, ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.